Hey, hast du schon gehört, dass wir ein bisschen USA-Fank in der Schule haben? Finde ich war mega cool. Ich glaube, ich bin Corona jetzt doch nicht mehr so scheiße. Tschüss. Lalalalalalalala. Juhu, wir haben keine Schule mehr. Zu einem schönen Tag gehören schöne Blumen. Jetzt habe ich noch ganz viel Zeit, um meine Bücher zu lesen. Endlich mal wieder Zeit, meine Pflanzen zu gießen. Na, nicht so viel. Also Bücher lesen und Fernsehen. Und endlich kann ich Zeit mit meiner Familie verbringen. Oh, letzte Klopapierrolle. Und im Laden gibt's nichts mehr. Jetzt muss ich Spaß haben sein. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Jetzt muss ich auch Schulaufgaben zu Hause machen. Keinen Bock mehr. Ich mache mal eine Pause und rufe die Leni an. Hey. Hi. Hast du auch so keine Lust mehr auf Hausaufgaben? Ja, ist voll langweilig. Das ist so nervig. Ich habe auch irgendwie richtig Lust wieder raus zu gehen und was mit Freunden zu machen und man ist die ganze Zeit nur mit der Familie drin. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen kann. Ja, mein kleiner Bruder nervt mich voll. Oh, ab heute gibt es Maskenpflicht. Macht nicht. Ich habe immer noch keine Schule. Oh, das kann ich später online kaufen. Und im Sommer anziehen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Lesen, 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 lesen. Gucken wir mal, was bei TikTok los ist. Ja? Du hängst ja schon wieder am Handy. Hast du deine Hausaufgaben auch gemacht? Mach ich gleich. Warum müssen wir das zweimal singen eigentlich? Langweilig, 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 langweilig. Wie viel Uhr ist das? Äh, ich habe keine Lust. Hi. Ja, sorry, ich kann gerade nicht reden. Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss scheiß Matheaufgaben machen. Au, mein Knie. Wann kann ich wieder meine Freunde sehen? Ich habe sie seit lange nicht gesehen. Früher war es so schön. Wir haben so viel zusammen gemacht. Nein, das reicht jetzt. Ich muss neue Dinge ausprobieren. Oh Gott, sieht's hier aus. Erstmal ein bisschen aufräumen. Ja jetzt mal ein bisschen aufräumen. Mmh, riecht das lecker. Ja, endlich darf ich mich wieder mit Leni treffen. Ja, endlich darf ich mich wieder mit Leni treffen. Ja, endlich darf ich mich wieder mit Leni treffen. Ja, endlich darf ich mich wieder mit Leni Hopkins changieren.